Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Auch wenn der sagenumwobene Snyder Cut noch ein bisschen weiter in der Ferne liegt, als wir das erwartet hatten, werfen wir heute einen Blick zurück auf das Snyderverse im DC Extended Universe sozusagen. Und damit starten wir heute mit dem Auftakt des Ganzen, nämlich mit Man of Steel von 2013. Und wer sind wir überhaupt? Zum einen ich, der Dom, und ich habe mir zwei Gäste eingeladen. Zum einen den Werner und den Patrick. Auf, auf und davon. Genau, ja. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist Man of Steel. Ja, wir haben uns zusammengefunden, um dieses Reboot der klassischen Superman-Geschichte zu besprechen. Und ich kann schon mal sagen, dass hier wahrscheinlich heute ein bisschen Meinung und Welten aufeinander stoßen werden. Ähnlich wie in der Handlung auch Welten aufeinander stoßen. Aber worum geht es hier eigentlich? Wer von euch beiden möchte uns denn mal sagen, worum es in Man of Steel genau geht? Es geht um Clark Kent, der, nachdem er auf die Erde gekommen ist vom Planeten Krypton, sich mit seinen Superheldenfähigkeiten auseinandersetzen muss und seine Bestimmungen in der Welt finden muss. Und dabei begegnet er unter anderem auch Lois Lane. Und ja, scheint so, als würde sich deine Romanze anbahnen. Aber recht schnell kommen andere Kryptonier und machen ihnen seinen Posten auf der Erde streitig. Ja, so kann man es kurz und knapp zusammenfassen, was wir in stattlichen 142 Minuten zu sehen kriegen. Ja, Man of Steel. Der Film ist ja schon ein paar Jährchen alt. Wie war das? Habt ihr den im Kino gesehen oder erst daheim? Wie war das bei euch? Werner, fangen wir mit dir vielleicht an, weil du bist ja ein großer Fan. Ja, also ich hab den Film damals im Kino gesehen, gleich am ersten Wochenende sogar. Hab ich damals Terror gemacht. Nein, wir warten jetzt nicht bis nächste Woche, sondern wir gehen jetzt dieses Wochenende. Also ich musste den sofort sehen, weil ich als Fan natürlich sehr ungeduldig war und kann zumindest so viel sagen, wurde nicht enttäuscht. Okay. Patrick, wie sah es bei dir aus? Ja, ich hab den auch im Kino gesehen. War halt auch gespannt, weil ich einige Sachen von Zack Snyder mag, unter anderem seinen Watchmen-Film Dawn of the Dead oder eben 300. Ich weiß aber, dass bei Zack Snyder auch immer so ein zweischneidiges Schwert ist. Und das werden wir auch bei diesen Filmen merken. Aber ja, ich war bei der ersten Sichtung auch noch recht angetan von diesem Bombast-Kino. Okay, dann kann ich ja mal kurz meinen Abriss machen. Also ich war durchaus gespannt auf das Ding, weil das Ganze ja auch eine nicht uninteressante Kollaboration ist, nämlich zum einen aus Christopher Nolan, der hier zumindest partiell am Drehbuch beteiligt war, zumindest an der Story. Und halt eben Zack Snyder, der für mich ja ein sehr schwieriger Kandidat ist. Das werden wir noch vielleicht im Laufe dieses Podcasts klären. Auf jeden Fall war ich da neugierig und die Trailer sahen auch nicht schlecht aus. Die Besetzung klang absolut top. Ich hab ihn dann nicht im Kino gesehen, sondern erst im Heimkino. Hab dann allerdings auch schon, als der in die Kinos kam, die sehr durchwachsenden Reaktionen auf den gehört. Also nicht nur, dass das Kritiker-Echo durchweg relativ gemischt war, sondern dass der auch teilweise wirklich schon kontrovers aufgenommen wurde. Was dann sich nochmal potenzierte durch Batman wie Superman drei Jahre später. Dann hab ich ihn gesehen und ja, ich war tatsächlich ziemlich, ziemlich enttäuscht. Also ich muss dir da schon mal widersprechen, weil ich, also zumindest aus meiner Sicht, ich hab's eher positiv aufgenommen, was die Kritiker-Stimmen und auch die Fan-Reaktion angeht. Also da, wo ich reingeschaut habe, da war das Feedback zu 70, 80 Prozent eher positiv. Also so hatte ich es aufgenommen damals und selber bin ich auch der Meinung. Ja, es gab erste Fans, die da schon gesagt haben, so akkurat ist der Stil von Snyder dann nicht, weil es eben nicht mehr der fröhliche Superman ist, den wir kannten, sondern er tatsächlich einige Menschenleben aufs Spiel setzt oder in Kauf nimmt. Ja, ja. Und es wirklich wenig heroische Momente in diesen Filmen gibt. Da war es aber noch so, dass es dann vereinzelt Fans waren, die da gesagt haben, ach nee, irgendwas stimmt da nicht. Ja, also er ist nicht der typische Superheldenfilm, muss man wirklich sagen. Also wenn man den Namen Superman da rausnimmt und jetzt mal nur den Film für sich betrachtet, dann ist es größtenteils wirklich ein Science-Fiction-Alien-Film, kann man eigentlich sagen. Ja, ja, vor allem in der zweiten Hälfte ist es eigentlich so ein Krieg-der-Welten-Stand-In. Genau. Genau. Und inklusive der Tripods, die wüten. Ja, ja. Und das ist dann natürlich verständlich vielen Fans sauer aufgestoßen, dass das halt eben nicht so der typische Superman ist. Andererseits hat man damit halt eben dann auch mal eine andere Gruppe von Superman-Fans angesprochen, die ist halt eben nicht immer bunt und so typisch möchten oder mochten wie eben die meisten. Also ich muss zugeben, ich verstehe da beide Seiten. Und sowohl diejenigen, die enttäuscht wurden, als auch diejenigen, die sagen, jo, gefällt mir. Also wenn ich es mir angucke, auf Metacritic hat der Film 55 Prozent tatsächlich. Gibt sowohl Wertungen von 87 bis zu 40 Prozent. Also das kann man schon umstritten nennen tatsächlich. Vielleicht springen wir aber wirklich mal da rein, wo ja hier das Ganze seinen Ursprung nimmt. Also es ist ja halt ein Reboot, die Geschichte von Superman wird neu erzählt und wir beginnen natürlich auf dem Heimatplaneten Krypton, der schon direkt in der Intro-Sequenz eigentlich mehr oder weniger auseinanderzufallen droht. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe als irgendwie Batman wie Superman rauskam, habe ich mir nochmal den originalen Richard-Donner-Film angesehen, der ja mittlerweile von 78 ist. Also der, wo Christopher Reeve noch als Superman ist. Und was mir schon mal in Relation zu dem ja auffiel, dass, obwohl der Film deutlich älter ist, hat er die angenehmere Erzählweise, weil während da innerhalb von zehn Minuten eigentlich so alles Grundlegende abgehakt wird, ist das hier sehr, sehr lang, was wir hier auf Krypton sehen. Und das, ja, teilweise auch sehr, sehr kitschig erzählt. Mir hat vor allem tatsächlich die Darstellung von Krypton gar nicht gefallen. Also die ganze Technologie, die die da haben, ergibt für mich nicht so wirklich Sinn. Und auch die Umgebung wirkte so, ja, zusammengeklaut aus Restideen von Avatar und teilweise auch von Matrix, was so diese Baby-Population da angeht auf dem Planeten. Wie hat euch das gefallen? Also ich muss zugeben, ich hatte mit dem Design kein Problem. Im Gegenteil, ich finde es sogar ziemlich gut. Ich verstehe vollkommen, was du meinst. Also da gibt es durchaus einige Momente, wo man an Avatar denken musste und an manch andere Science-Fiction-Filme. Da bin ich voll bei dir. Aber trotzdem hat mir das gerade insgesamt optisch wirklich gut gefallen. Und ich muss sagen, die 15 Minuten, wo jetzt am Anfang, ich glaube, das sind circa 15 Minuten, so das Intro auf Krypto, ja, so ungefähr, die sind noch von der Länge her in Ordnung. Also mein größtes Problem bei dem Anfang ist jetzt nicht unbedingt die Länge, sondern einfach nur dieses Effektgewitter gleich zu Beginn. Also ich mag es zwar, wenn Filme nicht lange um den heißen Brei rumreden, bin ich absoluter Fan von, aber das war ein bisschen zu viel des Guten in den ersten Minuten. Vor allem Avatar lag da vier Jahre zurück. Das wirkte wie so eine düstere Pandora-Kopie. Also wirklich auf düster gepolt, inklusive auch der düsteren Dinosaurier. Ja, ja. Was halt nicht wirklich Sinn ergibt, wenn diese Menschen von Krypton, also die Kryptonier, fliegen können, wieso sie sich dann ausgerechnet dann auch noch auf Dinosaurier sitzen, also Flugsaurier, habe ich bis heute nicht verstanden. Ja. Ja, es ist auch so irritierend, dass dann irgendwie Russell Crowe als der ach so renommierte Wissenschaftler da plötzlich irgendwie auf so einem Drachenflugsaurier oder was auch immer reitet, das ist irgendwie alles so merkwürdig drüber und passt für mich irgendwie auch nicht zusammen generell. Ich meine gut, ich kenne jetzt die Comics nicht, aber ich habe halt den alten Donnerfilm im Kopf. Und in dem alten Donnerfilm ist ja, soweit ich weiß, Krypton ein komplett kristalliner Planet. Also basiert auch deren ganze Technologie und das Ganze drumherum auf Kristallin. Und hier ist es aber so, dass hier irgendwie nichts zusammenpasst. Also die sollen irgendwie hochentwickelt sein, haben aber irgendwie Monitore, die total weird sind. Gleichzeitig sieht die ganze Welt irgendwie aus, als würden sie inmitten eines Vulkans leben. Dann fliegen da irgendwelche komischen Viecher rum, die aussehen wie aus Avatar geklaut. Es wirkt irgendwie alles so zusammengepfropft. So nach dem Motto, wir nehmen ein bisschen davon und davon und davon. Und das, also das, das, das machte für mich keinen Sinn. Und du hattest auch keine Zeit, irgendwie das zu begreifen, weil der Film auch total schnell reinspringt. Also du bist ja am Anfang direkt, weiß ich nicht, er wird geboren, kommt irgendwie, ich weiß gar nicht, diese Anfangscredits, sind die im Mutterleib? Soll das ja Mutterleib sein? Ich glaube, ja. Okay. Ja gut, das ist ja, ich meine, gut, da kann man ja Snyder, zumindest ästhetisch ist das ja durchaus eine interessante Idee, aus der da aber irgendwie auch nichts gemacht wird. Aber mein Problem ist, dass der Film dann halt, also du hast nicht mal wirklich eine Möglichkeit, überhaupt diese Welt und ihre Regeln zu begreifen, weil du direkt reingeschmissen wirst, oh, die Welt geht unter. Und dann den Auftakt finde ich schon dahingehend nicht gelungen. Ich meine, klar, man will das irgendwie kurz und bündig einführen, aber bei ihm, also wenn er auftritt und wenn dann auch hier General Zod auftritt, da hat man das Gefühl, dass man irgendwie schon zehn Minuten oder noch mehr verpasst hat. Also das Ganze ist zu lang gezogen und trotzdem fehlt noch Information. Ja. Also gerade wenn da dieser ältesten Rat von Krypton gezeigt wird, da hat man das Gefühl, dass es vorher irgendwie eine Prequel-Serie gab oder so. Das ist total merkwürdig. Nee, da gebe ich dir recht. Die kam ja danach, aber auch diese Prequel-Serie, selbst wenn du die gesehen hast, gibt das nicht so viel Aufschluss, weil er hat es dann eher die Geschichte von Zor-El, also Supermans Onkel, behandelt. Ja, die ist ja auch von David S. Goyer, glaube ich, ne? Genau. Die Serie, die war ja sehr, sehr kurzlebig, ja. Die war sehr, sehr kurzlebig. Was man dieser Serie zu gut halten kann, ist, dass man sich da mal eine Real-Version von Lobo versucht hat, den ich unbedingt mal gerne als Gegner von Superman sehen würde. Und nicht nur diese alten, aufgegewärmten Tropen, Lex Luthor oder eben Sott. Ja, also ich muss aber sagen, mein größtes Problem mit dem Film ist generell der Erzählstil. Diese ganzen Zeitsprünge vor, zurück, vor, zurück. Ich würde ja sagen, du verlierst dein Zeitgefühl. Aber wenn wir ehrlich sind, hast du von vornherein kein wirkliches Zeitgefühl, weil du nie so richtig weißt, wie viele Jahre wir in welche Richtung gesprungen sind. Also ich sag's mal so, die Story ist verständlich. Die ist jetzt nicht wirklich sonderlich anspruchsvoll. Da blickst du gut durch. Aber es ist trotzdem nervig, wenn ständig vor- und zurückgesprungen wird. Ja, das kann man besser machen. Vielleicht war das damals auch schon so ein Zugeständnis an die damaligen Fernsehgewohnheiten, wo man ja auch mal wieder Rückblenden hat in einigen Serien, vor allem auch bei Superheldenserien. Ich würde es eher so nennen, dass man da schon die Handschrift von Christopher Nolan spürt und den Versuch hier eigentlich dasselbe wie bei Batman Begins zu machen. Der hat eigentlich eine ähnliche Erzählstruktur. Da ist es aber irgendwann so, dass da so nach der ersten Hälfte, also jetzt bei Nolans Batman Begins, die ich ziemlich großartig finde, dass bei dem dann irgendwann einfach in der Realität verblieben wird. Aber hier sind selbst auf zwei Drittel, selbst im Finale gibt es dann noch irgendwelche Sprünge in die Kindheit von Cal-El, die also auf der Erde dann als Clark Kent natürlich mit seinem Vater und so weiter, die hier noch dann reingeschmissen werden, die den Film immer wieder ausbremsen und die vor allem auch so willkürlich reingestreut wirken. Dabei gibt es auch Rückblenden, die stimmig gemacht sind. Ich meine nur schon allein diese Szene in der Schule, wo er seine Röntgenaugen entdeckt. Da merkst du auch tatsächlich mal eine menschliche Seite von Clark Kent. Die Szene mag ich. Die ist visuell wirklich toll, das muss ich sagen. Das kommt toll rüber und das ist auch schön emotional geerdet. Also die Szene, die mochte ich sogar schon im Trailer tatsächlich. Da kommt dann ja auch Diane Lane dazu und hat eine durchaus wirklich schöne, emotionale Szene. Das ändert aber nichts daran, dass ich ... Also in den Rückblenden mag es noch gehen, irgendwie in der Kindheit und so, dass man irgendwie mit dem connectet. Aber wo es halt wirklich gar nicht funktioniert, beziehungsweise diese Rückblenden hindern mich daran, mit dem realen Clark Kent irgendwie eine emotionale Connection herzustellen. Und zwar durch den ganzen Film durch. Er menschelt in der Jugend und im Erwachsenenalter ist ihm das anscheinend so ein bisschen abhandengekommen. Das finde ich auch ziemlich schade. Ja. Ja, also was die Story und den Erzählstil angeht, folglich auch die Charakterentwicklung, da hat der Film hier meiner Meinung nach seine größten Schwächen. Es ist keine Totalkatastrophe. Es ist aber auch nicht wirklich, na ja, wirklich gut. Also man blickt durch, aber das geht besser. Diane Lane und Kevin Costner sind so auch diese zwei Charaktere in dem Film, die diese menschliche Wärme eben auch weitergeben. Das ist genau dieser Kern, der Superman ausmacht, dass er in Smallville gelandet ist und dann wirklich unter zwei der nettesten Menschen aufgewachsen ist. Und dadurch, obwohl er eigentlich göttliche Fähigkeiten hat, immer noch menschlich geblieben ist und bodenständig. Wir haben damit auch, also Diane Lane und Kevin Costner sind halt so Schauspieler, die retten solche weniger gut geschriebenen Rollen, auch allein schon mit ihrem Charisma und ihrer Ausstrahlung. Also man merkt die beiden, die füllen die Rollen noch so ein bisschen mit Wärme, die ich aber trotzdem schwierig geschrieben finde, vor allem die von Kevin Costner. Da ist es für mich auch lange nicht nachvollziehbar, warum er Clark Kent wirklich schon eintrichtert, dass er die ganze Zeit irgendwie seine Kräfte geheim halten soll. Das ist zwar okay und das passt zwar auch zu dieser düstereren, nachdenklichen Herangehensweise. Das Problem ist aber, dass, weiß nicht, da ziehe ich dann halt wieder den alten Donnerfilm heran, dass du keine Szenen hast, wo Clark Kent mal irgendwie wirklich, ja, Spaß an seinen Fähigkeiten hat. Weißt du, welcher Junge sitzt denn da irgendwie im Teenager-Alter und betrauert sich dafür, dass er fliegen kann oder dass er mega Kräfte hat? Ja, fliegen kann er als Kind noch nicht. Gut, gut, fliegen kann er nicht. Aber weißt du, in dem Donnerfilm ist es halt so, da rennt er halt mit einem Zug um die Wette. Ja, und er springt auch viel. Also, dass er noch nicht fliegen kann, kompensiert er. Und so was findet halt gar nicht statt. Und da ist halt so dieses, ja, schon fast ein bisschen freudlos Verbissen an diesem Film. Es ist okay, wenn du diese düster Herangehensweise hast. Aber weißt du, ich finde es einfach nicht glaubwürdig, dass ein heranwachsender Junge, der sich ja auch ausprobiert in der Pubertät, dass da wirklich gar nichts ist bei dem, sondern immer nur dieses, ich will nur ein normaler Junge sein und Superkräfte sind scheiße. Und das passt für mich einfach nicht. Es passt nicht zum Superhelden sein, ja. Aber ich muss sagen, rein aus menschlicher Perspektive soll es solche Menschen geben. Also, für einen Superhelden ist es natürlich nicht unbedingt das Richtige. Da gebe ich dir recht. Aber rein menschlich gesehen kann ich damit durchaus kaum vorgehen, dass jemand sagt, er möchte normal sein und nicht dies und das haben. Also, gerade im Kindesalter, sage ich mal, da weiß man ja nicht so richtig, was jetzt richtig oder eben auch nicht ist. Und wenn man anders ist als der Rest, dann kann einen das schon Angst machen als Kind. Es ist nicht so, dass man das gar nicht reinbringen kann. Aber er hat ja wirklich überhaupt keinen Spaß irgendwie an dem, was er alles kann. Und ja, umso mehr Spaß hat er dann später halt wirklich an Zerstörung. Also, ich muss sagen, ich verstehe deinen Ansatz. Ich weiß, was du meinst. Aber ich sehe das jetzt eher weniger kritisch. Weil man kann das natürlich, wie du gesagt hast, den Reiz dahinter sehen, hinter den Kräften und Neugier wecken. Oder man kann halt eben, wie es hier dargestellt wird, Angst haben. Und Angst kann einen auch lähmen. Also, es ist jetzt vielleicht, man kann sagen, er wird dadurch als schwacher Charakter dargestellt. Aber ich sehe das jetzt nicht unbedingt als, ja, wie soll man sagen, Dealbreaker. Also, da kann ich schon mit leben, dass er sagt, er hat Angst. Er will das nicht. Ja, obwohl das, ich meine, gut, da gibt es ja diese Szene, wo er irgendwie in der Kneipe ist und ihn jemand provoziert und er sich dann irgendwie zurückhalten muss. Das ist auch nachvollziehbar. Aber seine Reaktion darauf finde ich dann halt auch wieder echt ein bisschen sehr hart. Ich meine, gut, der Kerl hat ihn dann mit Bier begossen und schikaniert. Aber als Reaktion zerstört er dessen, ja, ganze Existenz eigentlich, indem er seinen Truck irgendwie um den Baum wickelt. Also, das ist halt wieder so, das hat so was vulgäres, infantiles an sich, was irgendwie gar nicht so zu dieser suchenden Person passen will bei dem. Also, der ist ja auch eigentlich auf der Suche nach sich selbst. In dem ganzen Film geht es ja eigentlich um Identität. Aber das ist auch mein Problem. Ich bekomme zu seiner Figur durch diese verschränkte Erzählstruktur, die halt eigentlich Batman Begins kopieren möchte. Ich komme nie wirklich an seinen Charakter ran. Und es liegt auch daran, dass der Film keinen wirklich guten erzählerischen Rhythmus findet. Ja. Vor allem diese, diese innere Zerrissenheit, die wird dir chronisch unterfüttert, weil du ihn oft nicht mehr als trauernd und wütend siehst. Aber dass er dann zwischenzeitlich auch seine Menschlichkeit entdeckt, das fehlt hier. Das, wenn er seine Menschlichkeit entdeckt, diese Stellen, die sind so überhastet, dass man die kaum wahrnimmt. Und jetzt komme ich mit dem Vergleich, gerade wenn man hier eine neue Herangehensweise an die Origin hat, dann ist das eine Berechtigung, die so neu zu erzählen. Du musst nicht dauernd sehen, wie Baby Superman von Krypton geschossen wird. Ein Stück weit wäre das nachzuvollziehen, wenn man da so Szenen angebaut hätte, wo er seine Kräfte nicht zu 100 Prozent unter Kontrolle hat. Genau. Dadurch hätte man ihn auch ein bisschen isolierter zeigen können. Ja. Ich finde den Gedanken ja auch gut. Er ist nur nicht komplett durchdacht. Ja, das ist das Problem. Was sich aber generell bei den Charakteren durchzieht, bei vielen. Also viele gute Ansätze bei der Story, bei den Charaktern. Aber man zieht es halt eben nicht komplett durch. Also da fehlt wirklich einiges an Feinschliff und das zieht den Film in vielen Punkten wirklich runter. Aber ich würde gerne mal, wenn es euch nicht stört, ein bisschen zu was Positivem kommen. Na klar. Weil ich muss sagen, wir haben ja jetzt viel über den Film abgelästert, aber er hat auch wirklich seine Stärken, muss man sagen. Also da gibt es durchaus einiges, wo ich sagen muss, das liebe ich an dem Film und ich würde sagen, da würde ich zum einen mit dem anfangen, was wir gerade kritisiert haben. Dieser düstere, ernste Ton, dieses fehlende Lächeln und so etwas, das fehlende Spielen, das kann man kritisieren. Ich hingegen fand es allerdings auch mal ein bisschen erfrischend und anders zu sehen, dass nicht immer alles bunt und lächerlich und lustig ist, sondern dass man das Ganze eben mal ein bisschen anders angeht. Man hat es nicht perfekt umgesetzt, aber der Ansatz ist gut, größtenteils funktioniert es auch wirklich und das hat mir auf jeden Fall schon mal gefallen, dieser Ton generell, auch optisch. Ja, es ist schwierig, also weil ich habe kein Problem damit, wenn man Superman auch mal irgendwie düster interpretiert, wobei ich finde, dass das einfach zu der Charakter und wofür der steht, weißt du, das ist kein Batman. Das Problem ist, dass man hier rein konzeptionell dasselbe versucht, wie mit Batman, aber Batman ist ja von Grund auf einfach eine andere Figur eigentlich als Superman, was sich dann ja auch in Batman wie Superman zeigt. Aber was mein Problem ist, dass der Film dieses Düstere am Ende dann wirklich auf die Spitze treibt, in dem ich Superman eigentlich schon nicht mehr als Helden empfinden kann, er dann aber zugleich als Held verkauft wird in dem, was er tut. Nee, also er wird nicht als Held dargestellt. Ich meine, das siehst du in dem Film nicht wirklich, also er wird nicht als Held gefeiert oder so etwas. Naja, er wird als Symbol der Hoffnung empfunden, es wird immer wieder betont, dass er für Hoffnung steht und ich denke mir die ganze Zeit, was für eine Hoffnung, das ist ... Ich muss da ein bisschen reingrätschen, das ist nicht nur ein Problem des Filmes, die Comics, also die Helden, die spiegeln auch so ein bisschen unsere Zeit wieder und es gab auch in den Comics so eine Phase, wo Superman auch in so einer Depri-Phase ist, was dann halt wirklich ein bisschen absurd ist, Superman ist ja quasi einer, der ein perfektes Leben hat, er ist mit einer der besten Reporterinnen der Welt zusammen und so weiter, also er hat quasi das perfekte Leben und dass du den auf einmal in so eine Depression versetzt, das war schon in den Comics auch ein bisschen aufgesetzt, da hat er dann zum Beispiel seinen Röntgenstrahl benutzt, um bei manchen das Hirn so zu zerbrennen, dass sie nicht mehr in der Lage waren, zum Beispiel ihre psychokinetischen Fähigkeiten und so einzusetzen, auch diesen radikalen Superman gab es in den Comics, das ist wahrscheinlich so ein Produkt seiner Zeit gewesen, würde ich sagen. Ja. Und da hat Zack Snyder natürlich gedacht, oh cool, mein Stil ist jetzt gerade gefragt und hat versucht, das so zu bringen, wie man es wollte. Ja, der Film ist ja auch ästhetisch durchaus auch ein Kind seiner Zeit, Also man merkt es dann gerade in den Action-Szenen, das ist hier alles Post 9-11, letzten Endes das, was Nolan eigentlich auch schon bei Batman gemacht hat. Ja. Ja, gut, handwerklich tue ich mich da auch tatsächlich mit schwer, mich nervt diese Wackelkamera von Armin Mokri, also dieses Gewackel, ganz schlimm in Action-Szenen, auch manchmal Zooms, völlig ohne Sinn, das reißt mich raus und gerade dann in so großen epochalen Action-Szenen funktioniert das gar nicht für mich. Das, äh, ja. Ja, also, die Kamera wackelt echt extrem, muss ich sagen, gebe ich dir vollkommen recht, wird auch nicht jedermanns Sache sein und ist sicherlich das ein oder andere Mal der Grund dafür, wieso Leute mit Kopfweh aus dem Kinosaal gegangen sind, weil das einfach nicht jedermanns Ding ist, so eine Wackelkamera. Ja, vor allem da noch mit 3D, also das muss ja, also ich habe von Leuten gehört, dass die teilweise wirklich, dass denen völlig schwarz vor Augen geworden ist, also das... Ich war da im Kino, ich habe das überlebt, aber ja, ich bin auch ein bisschen rausgetorkelt, gebe ich zu. Mich persönlich hat es nicht gestört, aber ich bin auch generell ein Fan eben von Found-Footage-Filme und so etwas, also dieser Stil, muss ich sagen, der sagt mir halt eben zu, ich mag das, also... Ja, das... Aber auch da kommt... Deshalb geht wieder auf das Thema Geschmack zurück. Kann man nicht anders sagen, das kann man jetzt nicht positiv oder negativ bewerten, sondern einfach nur gefällt mir oder gefällt mir nicht. Ja, es ist halt wirklich, also es ist absolut nicht mein Fall, das ist... Der ganze Look gefällt mir tatsächlich nicht. Das wirkt so aufgedrückt auch, dass... Also ich vermisse, ich vermisse einfach irgendwie Farben und was Lebhaftes in diesem Film und wir können gerne mal zu einer Stärke kommen, zumindest auf einer Stärke auf dem Papier. Die Besetzung ist ja wirklich nicht von schlechten Eltern, das muss man ja sagen. Das ist natürlich bei diesen Superman-Filmen immer so gewesen, ne? Sonst, weiß ich nicht... Außer Superman 4. Werner, würdest du noch sagen, wer noch so dabei ist? Ja, also neben Henry Cavill natürlich in der Hauptrolle und Amy Adams als Louis Lane haben wir dann Michael Shannon als General Zord und dem, muss ich zugeben, fand ich auch wirklich cool. Keine 10 von 10, aber ein richtig guter Bösewicht. Wir haben Diane Lane als Martha Kent, Russell Crowe als sein Vater Joel. Auch richtig super, muss ich wirklich sagen. Also man hat viel da rausgeholt aus ihm. Ja, ich mochte seine beiden Väter auch. Christopher Meloni, den man bei Happy noch vielleicht in Erinnerung hat, ist auch so am Rande dabei. und Antje Trauer wird ganz gern unter den Tisch gekehrt, wobei die eine der wenigen ist, die sichtbar Spaß haben und das auch so ein bisschen mit so einer Überzeichnung spielt. Also die ist sich bewusst, dass sie in einem Comicfilm ist, deswegen finde ich, sie macht somit einen der besten Jobs. Ja, es ist ja tatsächlich eine deutsche, die ja auch in der Serie Dark dann zum Beispiel drin ist, in der Netflix-Serie. also nichts gegen Michael Shannon ist ein großartiger Schauspieler, aber hier finde ich ihn wahlweise egal oder er spielt so drüber, dass ich es schon unfreiwillig komisch finde. Also bestes Beispiel dieses I will find him! Das ist ja schon wirklich ein Meme. Also das hat für mich schon Qualitäten wie Eddie Redmayne in Jupiter Ascending, aber gut. Ansonsten, seine Charakterzeichnung habe ich tatsächlich auch Probleme mit, aber vielleicht reden wir auch mal kurz über Henry Cavill, den ich eigentlich mittlerweile gerne mag, nur er in Rollen abseits hiervon. Wie ist das bei euch? Ja, also ich muss zugeben, ich mag ihn auch und zwar auch als Superman. Also mir hat er hier durchaus sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also da gibt es nicht allzu viel zu meckern. Das größte Problem meiner Meinung nach, was er hat, liegt nicht an ihm und seiner Performance, sondern eben einfach viel mehr an Drehbuch und eben der Charakterzeichnung an sich. Also Henry Cavill macht einen super Job und hat, muss man ja auch wirklich sagen, den Man of Steel auch wirklich geprägt über die nächste Zeit. Also da gibt es meiner Meinung nach nicht viel an ihm persönlich zu bemängeln. Er macht seine Arbeit super, passt gut da rein. Ich war sehr zufrieden mit ihm. Ich mochte ihn auch. Hier in Man of Steel war sein Charakter noch nicht ganz ausgegoren. Er ist in Man of Steel und in Justice League deutlich mehr mit Superman verschmolzen, also mit seiner Rolle. Und da haben ihm auch die Drehbücher ein bisschen mehr Selbstironie zugestanden. und man hat auch das, was wir in dem Man of Steel hier als bedenklich empfinden, seine teilweise ziemliche Skrupellosigkeit, die sich vor Sott gar nicht verstecken muss. Auch das haben sie dann in den anderen Teilen besser kompensiert und haben das dann als Ausgangssituation genommen, dass ein Batman gegen ihn kämpfen muss. Ja, ich muss dazu sagen, also für mich ist Superman eigentlich eine ziemlich, also zumindest auf dem Papier ist das ja, weiß nicht, ob ihr das jetzt auch so seht, aber für mich ist das auf dem Papier eine der langweiligsten Figuren, die man sich überhaupt ausdenken kann. Er wird nicht umsonst gerne als der Pfadfinder bezeichnet. Ja, genau. Aber ich muss sagen, ich habe dann auch mal so ein bisschen gelesen und da kommen wir halt wieder zurück zu dem Donnerfilm. Und das, also Tarantino hat das ja schon irgendwie gesagt, in Kill Bill hat er das ja Bill sagen lassen. Nee, das war Samuel L. Jackson, der da diese Rede hält, aber sorry. Nee, das war David Carradine. Oh. Samuel L. Jackson tauchte in dem Film nicht auf, nur als Pianist, egal. Was für mich tatsächlich die Figur interessant macht, also das hat ja Tarantino damit ausgedrückt, bei allen Superhelden hast du ja immer diese Dualität zwischen ihrer wahren Identität und ihrer Heldenidentität. Und bei Superman ist das ja genau umgekehrt. Und was ja dann zumindest die Figur interessant macht, ist ja, dass Superman letzten Endes ein übermenschliches Alien ist, was versucht, ein Mensch zu sein, aber gerade damit scheitert. Oder wie, wie, wie ist sein Verständnis davon, Werner? Als, als Fan. Das, äh, hast du so schon richtig gesagt. Also, er ist halt eben ein übernatürliches, kräftiges Alien, das eben versucht, menschlich zu sein und sich dabei halt eben sehr, sehr schwer tut. Um das mal so zu formulieren. Er hat nicht umsonst dann irgendwann auch in den Comics so diesen Titel American Alien bekommen. Also, er ist eigentlich ein Alien, aber er steht so für diese, für diesen Patriotismus, den Amerika ausstreit. Er hat sogar die amerikanischen Signalfarben. Deswegen wird er auch später in den Comics ganz gerne American Alien genannt. Ja. Und ich finde, hätte man sich ein bisschen mehr mit der Mythologie befasst, also zum Beispiel rotes Kryptonit, das kehrt so seine düstere Seite bisschen nach außen, hätte man ihn auf rotes Kryptonit gesetzt, dann wäre es sogar noch halbwegs nachvollziehbar gewesen, wieso er da teilweise so in Rage ist. Was meinst du mit Rage? Ja, der Kampf mit Zod, wo sie sich halt durch die Gegend prügeln, wo sie sich ziemlich in bester Dragon Ball maniert, durch die Gegend prügeln, ohne Rage auf Verluste. Aber das wollen wir nicht weiter ausführen. Es ist nicht umstritten, diese Kampfsequenz. Nicht unumstritten, ja. Man muss generell sagen, das Finale ist auch für mich als Fan viel zu lang gezogen. Also, diese, was sind das, 40-Minuten-Schlacht fühlt sich doppelt so lang an. Ich weiß nicht, wie lang sie geht, aber auf jeden Fall geht sie viel zu lang. Und das Finale ist mir persönlich auch viel zu monoton, weil, ja, es wird einfach nur geprügelt, geprügelt. Keiner trägt irgendeinen Schaden davon. Es wird weiter geprügelt. Mal hier noch eine Explosion, mal da jemand dagegen geschmissen und fertig. Also, es fehlt halt eben einfach die Wucht in dieser Schlacht, weil niemand... Nichts vergessen, zwischenzeitlich wird dann immer wieder mal eine Bezugsperson von Superman bedroht, damit der emotional noch ein bisschen motiviert ist. Ja, was dann leider auch so fadenscheinig wirkt. Man kann halt nicht erst irgendwie eine halbe Stadt zerstören und dann stehen da drei Manneken und, oh, hurra, unser Symbol der Hoffnung, er hat uns gerettet. Und dann denke ich mir so, mein Gott, nochmal, naja, egal, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Aber worauf ich eigentlich auch hinaus wollte mit dem Verständnis von Superman, dass das für mich hier nicht vorhanden ist tatsächlich. und das liegt daran, dass Snyder sich in meinen Augen eigentlich überhaupt nicht für diese Dualität zwischen Clark Kent und Superman interessiert. Das merkt man schon daran, dass er Lois Lane innerhalb, ich glaube, von weniger als fünf Minuten lässt er sie rausfinden, wer er eigentlich ist. Und dann wird sie nicht müde zu betonen, dass sie den Pulitzerpreis bekommen hat. Oh, hör auf, hör auf, hör auf. furchtbarste Dialogstelle im ganzen Film. Wirklich. Ja, das wirkte sehr aufgesetzt. Sein Alltag im Daily Planet, der wird quasi null gezeigt, das wird am Ende angerissen und dann kommt er so. Ja. Die Schlussszene, die Schlussszene mag ich sogar. Man muss ja auch an den Punkt hinarbeiten, also ich hätte es schlimmer gefunden, wenn er jetzt eher nach einer, wenn wir die Geburt haben, 30 Minuten steht er später dann beim Daily Planet, also das wäre mir wiederum dann ehrlich gesagt auch nicht recht gewesen. Also lieber sehe ich, wie er beim Daily Planet am Ende landet, als dass er mir zeigt, was er beim Daily Planet jeden Tag macht. Nee, ich wollte nur sagen, mit dem Schluss, also gerade, wo er dann bei Daily Planet ankommt, da darf er auch über Augenzwinkern auf einmal sein. Ja, da darf er mal lächeln. Das ist, wow. Genau, das ist das, was man bei diesem Film so ein bisschen vermisst hat, auch wenn es düster ist. Ja, es ist, was mein Problem ist, dass Clark Kent eigentlich über weite Strecken in diesem Film nicht wirklich existent ist, beziehungsweise das unterstreicht dann auch nochmal diese Sequenz am Ende. Also die Sequenz am Ende finde ich eigentlich sogar noch ganz nett, ja, ist auch eigentlich ein schöner Schlusspunkt, ihn dann da irgendwie hinzuführen. Das ist dann natürlich auch irgendwie so die vertrauten Gefilde für den Zuschauer oder auch für die Fans. Aber was mein Problem damit ist, ist, dass es nie rüberkommt, dass er tatsächlich zwei Persönlichkeiten hat. Also wenn man sich das zum Beispiel ansieht bei dem Christopher Reeve Superman, der setzt sich nicht einfach nur eine Brille auf, sondern der versucht, wirklich anders zu wirken. Der bewegt sich anders, der spricht anders, der versucht halt wirklich ein alter Ego zu entwickeln. Oder eine Parodie des Menschen eben. Ja, ja, genau. So wie er die Menschen sieht. Aber hätte das hier wirklich reingepasst? Ich glaube nicht. Ich verstehe, was Dom damit sagen will. Es ist so, als würde man einen Hulk-Film sehen, aber man würde fast nie Bruce Banner sehen. Ja, das steht außer Frage. Also es ist mehr ein Superman als ein Clark Kent-Film. Gar keine Frage. Deutlich mehr. Ja, dadurch ist halt so, ja, die Menschlichkeit hat schwierig, ne? Ja, die Balance zwischen Superheld und Mensch ist nicht wirklich gegeben. Da ist ja dann besonders auch markant die Schlüsse-Szene mit Kevin Costner, ne? Wo Kevin Costner dann ja drauf geht auf, in meinen Augen, unglaublich dämliche Art und Weise. Unnötige Art und Weise, sagen wir so. Ja, vor allem unnötig traumatisieren für die Figur. Also, das ist wirklich halt schon echt grausam. Vor allem ist mir auch nochmal eingefallen, und da muss ich halt wieder den Donner-Superman ranziehen. Bei dem ist es ja so spannend, dass, Patrick kann mich da gerne berichtigen, Jonathan kennt, also der, der Erdenvater. Der Erdenvater, ja. Genau, ja, die ganzen Jesus-Dinger sparen wir uns jetzt mal, bis auf die Kirchen-Szene. Und, ähm, in dem Donner-Superman ist es tatsächlich so, dass der da nicht irgendwie von einem Orkan weggeweht wird. Nee. Weil er einen blöden Hund retten will und das selber eigentlich zu verschulden hat, sondern, dass er entweder an Krebs oder an einem Herzinfarkt stirbt. Und, und das ist richtig, ja. Ja, und das ist, das ist spannender. Das ist spannender, weil, du musst dir vorstellen, das ist etwas, wogegen Superman mit all seinen Muskeln, mit all seiner übermenschlichen Kraft nichts ausrichten kann. Sein Vater stirbt an einer natürlichen Ursache, die ihm nichts anhaben kann. Das ist viel spannender, als diese fürchterliche Szene, die, die, wie gesagt, nicht nur unnötig traumatisierend für die Figur ist, sondern halt irgendwie auch einer total verqueren Logik folgt, weil sein Vater ihm dann irgendwie auch einredet, du könntest mich jetzt retten, aber ich sterbe für dich, weil ich zu blöd war und rede dir dabei gleichzeitig ein, dass ich damit was Gutes für dich getan habe, weil du dadurch ja deine Kräfte verstecken kannst. Ja, also, das lässt auch Jonathan Kent unnötig dumm dastehen, nicht nur Superman. Ich gebe zu, dass der Tod wirklich unnötig und auch in gewisser Weise dämlich war, aber ich finde, da hast du jetzt ein bisschen zu viel hereininterpretiert. Ich glaube, die Aussage dieser Szene ist halt eben hauptsächlich, dass die Welt noch nicht bereit für Superman ist. Das ist die Aussage, die der Vater ja eigentlich von Anfang bis Ende durchzieht. Also schon als Kind sagt es ihm und auch jetzt, wo sie halt eben älter sind, die Welt ist nicht bereit für Superman. Ob sie das ist, ist streitbar. Ob man die Szene nicht hätte weglassen können, darüber braucht man eigentlich nicht streiten, weil das hätte man besser machen können. Aber die Aussage, denke ich mal, da geht es eher einfach darum, nicht zeigen, die Welt ist nicht bereit. Ja gut, aber die Szene kann man ja nicht weglassen, weil die ist ja wichtig auch für den Charakter, da, ne? Ja klar, also aus dem Film selber, sag ich mal, kann man es ja nicht raussprechen, die muss man unbedingt besprechen, aber ich finde halt eben, ja, wie soll man sagen, man kann sie anderweitig interpretieren, also ich finde es nicht gut, aber ich sehe es jetzt auch nicht ganz so dramatisch. Ja, es ist für mich halt, ich kann es halt dadurch auch nicht wirklich ernst nehmen, also das Problem ist, der Film hat für mich viele Sequenzen, die bierernst daherkommen sollen und die ich teilweise schon unfreiwillig komisch finde, also schon als Beispiel, die, die am Anfang, wo SOT da irgendwie in die Phantomzone geschickt wird, diese Raketen, mit denen, die da hochgeschickt werden, die sind einfach albern. Die sehen, die sehen aus wie Weltraum-Dildos, wirklich, also, und, äh, vor allem, ähm, da hätte ich immer eine Frage, ihr seid ja Kenner der Vorlage, was ist in der Vorlage die Phantomzone? Die Phantomzone ist sowas wie so eine Art Spiegelwelt, aus der man sich rauskämpfen müsste. Es ist ziemlich schwer, also das ist wirklich Verbannung, da in dieser Spiegelzone sind auch andere Wesen, es ist quasi der Weltraumknast. Mhm. Und da verbannen sie auf die Schnelle noch die Verurteilten hin, obwohl der Planet eh in die Luft fliegt. Ja. Weil ich hab mich dann so gefragt, weil in dem, also in dem Film kommt das nicht so richtig rüber, dass die Phantomzone so gesehen eigentlich eine Spiegelwelt ist, das wirkte für mich eigentlich als wäre das ein Raumschiff nebenan. Das war total komisch und dann dachte ich mir so, hm, also wenn jetzt die Welt hochgeht und ihr habt da so ein Parallelding, warum geht ihr nicht einfach alle da hin und wartet die Explosion ab? Also das ergab für mich auch keinen Sinn. Es ist eine fiktive Dimension, so wird es sogar noch beschrieben, also die werden in eine fiktive Dimension verbrannt. Der Bart wollte die Gefahr ja nicht einsehen, die haben ja gegen diesen Untergang in dem Sinne ja sich dagegen ausgesprochen. Die haben ja gesagt, der Planet ist dem Untergang geweiht, so gut wie tot, aber die, ja, man könnte fast sagen, religiösen Fanatiker sind halt eben blind da geblieben, wenn man so will. Die sind an ihre eigenen Ignoranz gestorben. und das wiederum könnte man ja sagen, ist in manchen Punkten sogar menschlich, ob man es mag oder nicht. Ja, da könnte man vielleicht auch noch mal an der Stelle zu der Motivation von General Sott kommen. Bei dem ist halt auch so, also wie gesagt, Michael Shannon schwankt bei mir zwischen irgendwie egal und unfreiwillig komisch, wobei man aus der Rolle schon was hätte machen können, aber der hat halt irgendwie im Gegensatz zu Antje Traue auch nicht wirklich Spaß an dem, was er tut. Also Antje Traue hat halt so diese, diese Diebeschützer- Störungswut und er redet sich dann halt am Ende, vor allem in der Schlussszene, beziehungsweise kurz vor dem Schlusskampf, der ja wirklich, oh Gott, furchtbar, der, der gefühlt kein Ende nimmt, redet der sich dann ja letzten Endes nur raus, ja, ich wurde da und dafür geboren und ich mach doch nur meinen Job und ich denk mir so, boah, halt einfach die Fresse. Ja gut, das ist aber nicht rausreden, das ist einfach Fakt. In der Welt wurde er dafür erschaffen. Er ist ja mal ganz überspitzt gesagt, fast ein Roboter, eine Maschine erschaffen, um den Job zu tun, Punkt. Wozu was anderes vorspielen oder einreden, das ist, das ist wie es ist. Ja, aber weißt du, das ist dann so ein bisschen so der Zweck, heil ich die Mittel. Ja. Und da kommen wir dann vielleicht auch dazu, dass halt Superman in der Hinsicht gar nicht mal so unähnlich ist. Beziehungsweise der Kampf am Ende hebt auch für mich eigentlich noch mal hervor, wie ähnlich die sich eigentlich sind. Und nicht nur, dass sie eben wie eben bürtige Gegner sind, die sich auf die Fresse hauen bis zum Tag des jüngsten Gerichts beim Klang der Posaunen und ich finde das wahnsinnig öde. Was man schon daran merkt, dass der Kampf ständig die Location wechselt und du merkst halt, also das, weißt du, theoretisch hättest du den in beliebiger Reihenfolge irgendwie abhalten könntest. Als hätte man da irgendwie das alles vor Greenscreen gedreht und dann einfach nur immer neue Hintergründe dahinter geschoben, weil man gemerkt hat, im Grunde passiert eigentlich im Vordergrund eh nichts, also ändern wir immer nur die Hintergründe. Du wunderst dich doch eh nur, wieso die beiden nicht ins All geflogen sind und sich da eins auf die Schnauze gegeben haben, wo weniger Leben gefährdet werden können. Ja, das passiert halt auch viel, viel, viel zu spät. Also er schubst den dann ja irgendwie auf diesen Wayne-Satelliten und ja, das ist auch eine ganz nette Anspielung. Da ist dann irgendwie auch mal so ein Lex-Korb-Laster oder was, der Deutsche schnitt wie Lex Luthor an und Batman wie Superman. Der Film, der hatte generell viele Anspielungen. Also ich habe damals als Zack Snyder den Live-Watch gemacht hat, von Man of Steel, wo der Snyder-Cut angekündigt wurde. Ich war da live dabei, ich habe da mitgeschaut und da hat er schon allein bei der Öffnungssequenz zum Beispiel gesagt, dass dieser kaputte Mond im Hintergrund, wo man da sieht, dass der zum Beispiel von Doomsday zerstört wurde. Also da gibt es wirklich viele, viele kleine Details in dem Film, die man sich durchaus rauspicken kann, wenn man sich halt eben da reinsteigern will und die Sache auseinandernehmen möchte. Also der Film ist wirklich für Fans und Liebhaber gemacht, muss man sagen, was so etwas angeht. Ich sage jetzt nicht, ihr seid keine Fans, weil ihr ihn nicht mögt, nicht falsch verstehen. Ich habe nicht gesagt, dass ich ihn nicht mag, ich sage nur, dass ich dem auch ein bisschen kritisch gegenüberstehe. Ich sehe sehr wohl Hinweise von wegen, dass hier der Marsianer angedeutet wurde, von Harry J. Lennox gespielt. Da hätte ich auch gern mehr vom Charakter gesehen. Es gibt durchaus Anspielungen. Man ist sich der Mythologie schon bewusst, man macht nur noch nicht viel draus, außer so ein paar kleine Insider-Gags im Hintergrund, was ich schade finde. Was hier unter den Tisch fallen gelassen wird, ist Harry J. Lennox, der diesen General Swanwick, der hätte sich als John Jones entpuppt, also als der Marsianer. Auch da hätte man Superman irgendwas an die Hand geben können, um so ein bisschen so seine menschliche Seite zu finden, weil John Jones ist ja mit so ein Seelengefährte, der auch seinen Planeten verloren hat, der quasi der letzte seiner Art ist. Ich finde das schade, dass man aus dieser Komponente nicht viel gemacht hat, aber daran merkt man auch, dass dieser Film schon arg überfrachtet ist. Ja, also da ist halt eben auch die Frage, was man eventuell noch draus gemacht hätte, in Bezug auf Justice League, weil da ist ja mit dabei. Vergangene Nacht, da gab es ein IGN-Fest mit Zack Snyder und da hat nämlich gerade Harry Lennox eine Fanfrage gestellt, das heißt, er hat sich als Fan getarnt und ein Video hochgeladen mit einer Frage zum Mass in Manhunter, also ja, so kleiner Funfact, wenn wir jetzt gerade drüber reden. Ja, oder man hätte auch zum Beispiel Perry White, also Lawrence Fishburne-Rolle so ein bisschen ausbauen können, dass er so der Jonah Jameson von DC wird und ein bisschen mehr Auflockerung bringt, weil immer wenn ich den gesehen habe, war dann doch irgendwie sowas wie Spaß da oder wurde diese bierernste Stimmung durchbrochen. Ja, aber auch wirklich nur in Ansätzen, also das liegt auch daran, dass die Dialoge da teilweise halt echt furchtbar sind. Also insbesondere der, wo Lois Lane irgendwie sagt, oh, ich bin eine Pulitzer-Preisträgerin, jetzt respektiere mich gefälligst und beachte mich, denn ich bin die geilste überhaupt hier, ich arbeite für dein dummes Käseblatt dabei, könnte ich sonst wo schreiben, also, und das ist halt mein, das sind halt diese David S. Goyer-Dialoge, die halt einfach nur richtig, richtig, richtig furchtbar sind an einigen Stellen. Ja, die wirken halt aufgesetzt. ist, ja, so überpathetisch, auch dann am Anfang schon, da hatte ich ja gerade schon vorhin gesprochen, wo dann Russell Crowe und mich so, ich bewundere der Mann, der du warst, sott, und nicht das Monster, was du jetzt bist, dann denke ich mir so, wow, so einen Spruch kannst du irgendwie bringen, wenn, also erst mal ist es total platt, ja gut, sei es so, aber sowas kannst du halt bringen, wenn du mal die Figuren halt irgendwie mal ein bisschen kennst und nicht irgendwie, ich meine, du hast, du kriegst überhaupt kein Gefühl dafür, was die ein Verhältnis zueinander haben, was die überhaupt für eine Geschichte miteinander haben, da wird nichts angedeutet, einfach nur, oh ja, wir waren uns irgendwie einig, die Welt geht hoch, oh ja, schön, aber sonst war da nichts. Wem man dabei vielleicht auch nochmal ansprechen kann und die ich eigentlich ziemlich verschenkt finde, ist Amy Adams, die ist eigentlich eine tolle Schauspielerin, spielt hier aber eigentlich so die, ja, so ein bisschen, das mag jetzt vielleicht echt hart klingen, aber sie spielt eigentlich so ein bisschen die Discount-Variante ihrer Rolle, die sie dann später in Arrival hatte, weil es fängt eigentlich gut an, also du kaufst ihr auch diese investigative Reporterin ab, nur später wird sie dann halt doch wieder nur zu Dems in Distress, ne? Ich mochte auch den Ansatz, dass Amy Adams als Lois Lane relativ schnell dahinter steigt, wer Superman ist, das war so ein Ansatz, den ich erfrischend fand, dass sie dann nicht ewig, hm, wer ist denn der Typ mit der Brille und, dass das mal ausgeklammert wurde, das fand ich eine schöne Idee, dass diese Lois Lane ein bisschen emanzipierter war, auch wenn sie dann auf Knopfdruck runtergedummt wird und dann doch wieder als Jungfrau in Nöten herhalten muss, also so ein bisschen wie Mary Jane, man gibt ihr so das Emanzipierte, aber am Ende ist sie dann doch die Frau, die gerettet werden muss, war so ein bisschen schade. Wobei die erste Begegnung zwischen ihr und Clark in diesem vereisten Ding da, was dann irgendwie auch völlig aus dem Nichts auftaucht. In dieser Höhle. Und wo sie sogar noch, das ist mir jetzt mal aufgefallen, wo ich den nochmal geguckt habe, das ist total komisch. Erst sagt sie irgendwie zu den Leuten da, dass sie vermutet, dass das ein U-Boot aus Sowjetzeiten war und dann wird aus dem Off einmal ihr Artikel, den sie dann irgendwie Laurence Fishburne vorliest, wird dann zitiert und da behauptet sie, dass das deren Aussage gewesen sei, also von den Wissenschaftlern und vom Militär. Also für eine ach so tolle Pulitzer-Preisträgerin ziemlich schlechter Journalismus, aber okay. Ich finde, wir schweifen schon wieder ein bisschen viel zu tief ab, weil wenn wir über solche Punkte bei Filmen reden, dann würden wir nie einen Film genießen können, wenn wir ehrlich sind. Ich gehe mal sogar einen Schritt weiter, es macht mir durchaus Spaß, diesen ganzen Darstellern auch in diesem Film zu sehen, nur gehen die in dieser Dramatik leider ein bisschen unter. Also es ist immer so, dass du dann denkst, schade, ich weiß, du könntest gerade mehr, aber du wirst gerade zurückgehalten. Ja, und das ist bei vielen so. Also auf dem Papier ist der Cast super, aber dann, ja, weiß ich nicht, Lawrence Fishburne und dann die anderen, die sind da, das sind dann halt auch so Alibi-Charaktere, um die man dann da irgendwie bangen soll, wenn da die absolute Zerstörungsorgie am Werk ist und das ist tatsächlich mit Abstand mein größtes Problem mit dem ganzen Film. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, die sind teilweise zu besseren Stichwortgebern verkommen, wenn es sein muss. Ja, das ist ja auch nicht ungewöhnlich in so einer Art von Film, aber das wirkt halt wirklich total Alibi-mäßig, wenn er da irgendwie zwei, drei Leute rettet und die restlichen geführten Zehntausend, die dabei gestorben sind, sind völlig gesichtslos und ach, das ist ... Ja, aber wo ist das denn nicht so? Wo ist das nicht so, wenn ich mir Avengers anschaue und überall, da ist es ja doch genauso. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel an Age of Ultron denke, den ich wirklich nicht mag, aber da ist es zum Beispiel auch so, dass die, dass das Iron Man irgendwie, bevor er irgendwie ein Gebäude kaputt macht oder so, dass er guckt, ob da noch Leute drin sind und hier ist das schon sehr, sehr seltsam, als er sich dann da irgendwie mit Antje Trauer da auf der Straße anlegt und erst den Menschen irgendwie sagt, sie sollen in Sicherheit gehen in die Gebäude und exakt durch die Gebäude pfeffern die sich dann gegenseitig. Also, das wirkt unglaublich stupider an der Stelle und auch nicht nachvollziehbar. At least he tried. Ja, aber auch so halbherzig. Ich meine, auch am Ende, das ist so wahnsinnig unangenehm, wie Superman das irgendwie alles einfach in Kauf nimmt und dann wirklich erst sehr spät innerhalb dieses Kampfes dann überhaupt mit Sop mal ins Weltall geht, wo er einfach immer in dicht besiedelte Gegner wo die sich dann gegenseitig durch die Häuser schluchten, schleifen, hauen, treten. Ich meine, ganz ehrlich, was in diesem Film alles kaputt geht, das ist ja unfassbar. Du hast teilweise wirklich den Eindruck, das ist die Apokalypse. Aber das ist halt eben auch wirklich ein generelles Problem von Superheldenfilmen. Also, ich sehe das genau wie du. Diese ganzen Tote, die werden so einfach mal nebenbei in Kauf genommen und nicht weiter drauf eingegangen. Sehe ich auch absolut kritisch. Aber das ist ein allgemeines Problem. Wie gesagt, wenn ich mir Avengers anschaue oder Godzilla oder sonst irgendwelche anderen Filme, da sterben auch Millionen von Menschen, aber da wird halt eben nicht, wie soll man sagen, ein Riesending draus gemacht. Da wird kein Fass aufgemacht. Und deswegen sage ich mal, okay, es muss nicht sein, aber ich sage, er lenkt es ja in dem Sinne auch nicht. Ich sage es mal so, er sagt den Leuten, sie sollen reingehen, sie sollen weggehen, ist gefährlich. Aber wenn die Schlacht sich dann halt eben mal ausbreitet, wenn der Kampf dann losgeht, dann herrscht da eben Chaos. Also er kann ja nicht alles beherrschen, sage ich mal, weißt du? Er kann ja nicht alles lenken und sagen, wartet, wir gehen einen Meter weiter rüber. Nee, aber er kann ja, er kann ja, und das ist ja in Batman wie Superman dann auch so, er kommt irgendwie erst immer sehr spät auf die Idee, das Ganze ins Weltall zu verlegen, wo ja überhaupt keine Kollateralschäden passieren können. Er nimmt das, er nimmt das einfach in Kauf und also allein schon die Szene, wo Sott irgendwie seine Mutti bedroht, also Dian Lane, die Szene, wo er dann irgendwie auf den losgeht und ihn dann irgendwie, oh, du kannst meine Mutter bedrohen und dann schleift er ihn komplett durch ein ganzes Feld, dann irgendwie noch durch ein Atomkraftwerk oder was auch immer da steht, das geht alles in die Luft und ich denke mir so, meine Fresse, wie viele Leute hast du da gerade aus reiner Zerstörungswut oder weil du dich gerade nicht unter Kontrolle hattest, getötet und das wird nie thematisiert. Das fragt er sich nie so, boah, scheiße, was habe ich hier getan? Doch, doch, doch. Ja, aber wo denn? Im dicksten Teil. In Batman wie Superman ist doch genau das Thema. Ja gut, das mag noch was anderes sein, aber das kommt zu spät beziehungsweise du hast hier nie, weißt du, ich meine, das war ja immer seine Angst. Das hieß ja auch in dieser Szene in der Kneipe, er hat Angst überzureagieren. Ich meine ganz ehrlich, der kann dich ja theoretisch mit einem mit einem Niesen kann der dich theoretisch töten und Der kann dich sogar mit dem bösen Blick töten. Und es wird aber nie thematisiert, also es gibt nie irgendwie so einen Moment, wo er mal irgendwie in der Luft rumhovert und so sieht, oh scheiße, was habe ich hier eigentlich getan? Ich wollte doch nur helfen und stattdessen habe ich alles nur schlimmer gemacht. Solche Momente gibt es überhaupt nicht. Doch, es gibt am Schluss so diesen Moment der Erkenntnis, wo er Sott das Genick umdrehen muss und dann merkt, oh scheiße. Ja, gut, die ist auch, also die Szene finde ich auch, also nicht nur, dass ich es fragwürdig finde, wo ich mir so denke, ja gut, ich meine, du bist eh schon ein Massenmörder, also warum sollst du nicht auch noch deine eigene Wie viele Superhelden. Ja gut, aber ich meine, da ist ja immer, also die Hemmschwelle ist ja, er tötet den Sott nicht, weil dann von seiner Art wirklich gar nichts mehr übrig ist. Aber dann denke ich mir so, mein Gott, du hast auch andere, also warum soll einen das jetzt interessieren? Und dann vor allem die Szene ist auch, also auch die, ich meine gut, die Symbolik da, die mag noch okay sein von wegen, oh Sott bedroht da diese, diese Dings da mit seinem Laserblick. Aber dann denke ich mir auch so, diese Familie, die könnte auch sehr leicht flüchten. Also das wirkt total konstruiert. Die war doch in die Ecke gedrungen, also die hatte da nicht viel Luft zum Bewegen. Die können nicht über Sorts Laser springen. Die hätten zur Seite weggehen können. Ne, da war doch eine Wand, die waren doch schon in der Ecke. Vor denen war alles. Ja, vor denen war dann direkt Sorts. Also ja, ob sie jetzt nach vorne gelaufen wären oder da stehen bleiben, am Ende war die Linie die gleiche. Ja, also für mich sah es aus, als hätten die sehr leicht fliehen können. Aber wir driften gerade wieder ein bisschen zu sehr ab. Fassen wir kurz zusammen, was das angeht. Es gibt große Probleme, was das Thema Tote angeht. Extrem, extrem. Also ich würde da schon ... Aber das wird ja zum Glück dann auch im nächsten Teil aufgegriffen. Und dass man das hier halt eben nicht noch mit eingebaut hat, ist bei einer Lauflänge von über zwei Stunden ja auch in Ordnung, finde ich. Also wenn man das dann noch mit genauer analysiert und diskutiert hätte im Film, dann hätte der Film gar kein Ende genommen, sage ich mal. Ich sehe das wie ihr, das Finale, das Geprügeln und so etwas, das ist mir am Ende auch zu viel. Also ich mag die Action in dem Film. Sie sieht super aus, sie kracht, sie macht eine Menge Spaß. Action, top. Aber am Ende ist es mir zu viel und zu lang und vor allem halt eben auch zu monoton, weil wie ihr ja gesagt habt, die prügeln sich, aber da gibt es kein blaues Auge, da gibt es keine Wunden, sondern einfach nur prügeln, prügeln, weiter, weiter, prügeln, prügeln, weiter, weiter. Und das ist halt eben monoton und zu lang. Vor allem hat diese Action dann ja gerade so einen Fadenbeigeschmack. Ja, ach, das ist halt das. Es ist, es ist für mich einfach ganz, ganz schwierig, also, deswegen dann auch halt am Ende diese, weiß ich nicht, Lawrence Fishburne und dann Jenny Olsen oder wie die da heißt, das wirkt einfach so Alibi. Jenny Olsen. Ja, nee, nee, die heißt ja tatsächlich Jenny Olsen. Ach das? Das wirkt einfach so Alibi-mäßig und deshalb kann ich dem Film dann irgendwie auch so diese, diese emotionalen Momente oder Schwerpunkte, ich, ich, ich kaufe die dem einfach nicht ab, das wirkt dann irgendwie heuchlerisch auf mich. Das, das mag jetzt hart klingen, aber wie, 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 wie man einfach wirklich so eine, so eine Zerstörungsorgie so unkommentiert stehen lassen kann oder, oder irgendwie, dass, dass der nicht mal irgendwie im Zwiespalt mit sich ist und das, ich weiß nicht, ich finde, das kann man auch nicht damit entschuldigen, oh ja, das machen wir alles im Sequel. Das, das, das geht nicht. Das finde ich, finde ich schwierig. Aber in welchem Film wird das denn gemacht? Äh, naja, es wird also, ja gut, also, aber man, man hätte es doch machen können. Ich, ich habe ja gerade zum Beispiel ein Beispiel genannt, dass er mal irgendwie, weiß ich nicht, einen Blick auf die Zerstörung wirft und sich dann so denkt, oh Gott, ich wollte euch doch allen nur helfen und ich habe alles nur schlimmer gemacht. Also, wenn es, wenn es sowas vielleicht mal gegeben hätte. was Selbstreflektives, weißt du, dass er wirklich auch mal drüber nachdenkt, was mache ich da eigentlich? Oder beziehungsweise, ich habe mich die ganze Zeit zurückhalten und beherrschen wollen und jetzt ist, indem ich euch eigentlich nur helfen will und alles besser machen will, dadurch habe ich eigentlich erst mal weiß, was hier entfesselt. Aber das sind, das führt ja am Ende alles zum Thema Story zurück, sage ich mal. dieses ganze Negative, über das wir jetzt zuletzt gesprochen haben, das ist in dem Sinne ein Punkt im Film und zwar eben der Punkt Story, Schrägstrich, Charakterentwicklung. Also, das ist so dieser eine Knackpunkt, der halt eben, wie man bei, in deinem Fall raushört, ja, alles kaputt macht. Also, ich sehe das nicht ganz so dramatisch. Ich sehe den Fehler. Ich weiß, es ist falsch, es ist nicht gut, aber ich werte das jetzt nicht so schwer. Also, für mich gesehen, kritisiert, den Rest des Films trotzdem genossen. Ja, ich finde halt die Aussage dahinter einfach schwierig. Also, auch, dass das Ganze in dieser 9-11-Ästhetik dann inszeniert wird, wo ich mir dann denke, oh, so langsam kann ich das auch nicht mehr sehen. Also, das... Aber da kann der Film nichts für, dass du das nicht mehr sehen kannst. Nee. Weil das halt eben auch passt. Ich hätte es schlimmer gefunden, wenn sie das nur ins Feld verlagert hätten und man nichts davon gesehen hätte. Da hätte ich dann wiederum den Kopf geschüttelt. Ja, aber weißt du, er will ja Leute retten und stattdessen habe ich das Gefühl, dass er mit den Schergen da irgendwie immer dahin geht, wo besonders viele Menschen sind. Und das irritiert mich wahnsinnig. Da denke ich mir so, du willst die doch retten und nicht... Das ist auch so seltsam im Hinblick auf Batman wie Superman, weil während ich da irgendwie gar nicht nachvollziehen kann, dass Batman nicht sieht, dass er Sott eigentlich aufhalten will, ist es hier genau umgekehrt. Er will sich einfach nur mit Sott prügeln und nimmt irgendwie alles um sich herum als seinen Sandkasten in Kauf. Also... Ja, die Frage ist halt eben, wie leicht man so etwas in der Luft dann lenken kann. So eine Prügelei. Wenn man im Fahrzeug sitzt und die Kontrolle verliert, wer weiß, wie das eben in der Luft ist. Aber ich will jetzt nicht über Physik und Superhelden spekulieren. Das würde dann ein bisschen zu weit gehen. Darum geht es nicht. Aber halt, dass er halt ein Bewusstsein darüber hat, was er tut. Und da sehe ich dann halt auch irgendwie dann auch für mich gespiegelt, das, was ich an der Stelle an Zack Snyder schwierig finde, dass er hier... Ich meine gut, er hat seinen Batman wie Superman. Das mag ich ja sogar an dem Film. Dass er diese Kontroverse hier, die ja schon damals wirklich das hier losgetreten hat, die Darstellung davon, dass er das nimmt und zum Teil der Geschichte macht. Das wiegelt es aber leider nicht für mich auf, dass er das hier einfach so stehen lässt. Dass er dann irgendwie drei, vier Jahre später sagt, oh ja, das war nicht so toll, was ich da gemacht habe. Guck mal die ganzen Toten und guck mal, wen er jetzt hier gerettet hat. Aber das... Weißt du, irgendwo musst du dann diesen Film auch hier für sich betrachten. Ja. Und wenn man das halt eben tut, dann ist es ein Kritikpunkt, aber jetzt kein Beinbruch für mich. Jeder wertet das anders. Dass du dir... Dass du das ein bisschen größer... Ja. Ansiedelst, sag ich mal, kann ich verstehen. Dazu sind verschiedene Geschmäcker da. Aber ich sehe das da nicht ganz so kritisch, weil ich halt, wie gesagt, das Gesamtpaket an sich stimmiger finde. Aber da kommen wir dann schon Richtung Fazit. Ich wollte noch tatsächlich auf die Action-Szenen zu sprechen kommen. Ich bin ganz ehrlich... Ich... Also, ich meine, ich habe den Film vor zwei, drei Tagen gesehen. Und wenn ich jetzt wirklich überlege, mir ist eigentlich kein Action-Set-Piece wirklich im Gedächtnis geblieben. Es ist allenfalls halt im Gedächtnis geblieben, dass ich es für mich immer noch hochproblematisch finde, wie... Ja, wie unreflektiert das halt gezeigt wird, wie Superman sich eigentlich an der Zerstörung beteiligt, obwohl er eigentlich helfen will. Ne? Das ist aber auch so ein Kritikpunkt, den kannst du an fast alle der Superhelden-Blockbuster einfügen, dass die am Schluss ein ziemliches Effekt gewillt sind. Da sind die meisten Filme sich sehr, sehr austauschbar. Und andere sogar noch schlimmer. Die Avengers, die gehen nach einer Riesenkatastrophe in aller Ruhe essen und lachen sich einen ab. Bei Man of Steel hingegen, da siehst du danach keine große Feier oder irgendwie so etwas. Du siehst halt eben danach noch die Überlebenden und wie er natürlich beim Daily Planet landet, haben wir ja gesagt. Also, da muss ich zugeben, sind andere Superhelden-Filme schlimmer, was den Umgang mit solchen Katastrophen angeht. Ich sag nur, das Effektgewitter am Schluss bei Wonder Woman, das fand ich in der Hinsicht dann doch schlimmer. Für mich ist beides auf einer Stufe mit dem Unterschied, dass, ja gut, bei Wonder Woman hab ich dieselben Probleme eigentlich, dass die so unerbittlich beide gegen ihre Gegner vorgehen, dass ich die nicht mehr als Helden wahrnehme tatsächlich. Das ist mein ganz großes Problem. Ich kann Superman in Man of Steel nicht als Helden wahrnehmen. Es ist halt wirklich mein grundlegendes Problem mit dem Film und ich finde das ehrlich gesagt schon fragwürdig nach wie vor und bedenklich, wie das hier dargestellt wird beziehungsweise wie unreflektiert das dargestellt wird, weil vorher ist es die ganze Zeit so, ach ja, ich grübel irgendwie nach. Warum hab ich denn diese Superkräfte und wer bin ich überhaupt? Ach, ich hab diese krassen Superkräfte, ich muss mich zurückhalten. Ich mein, man versteht das ja, dass er endlich irgendwie auch er selbst sein kann, aber dass er dann dabei so rücksichtslos agiert und dass das nicht einmal, nicht ein einziges Mal mal irgendwie reflektiert wird von wegen, was hab ich hier eigentlich angerichtet, das finde ich fragwürdig, nach wie vor. Das ist ähnlich wie bei Wonder Woman, die auch nicht hinterfragt, auf welcher Seite sie da überhaupt kämpft. Ja, aber das ist ein generelles Problem von Superhelden. Also, wenn wir ehrlich sind, neun von zehn Superhelden-Filme haben genau dieses Problem. Aber gibt's bei denen auch Momente, wo du dir denkst, hast du jetzt nicht eigentlich noch mehr Verwüstung angerichtet als vorher? Ich sag dir nicht, dass es richtig oder gut ist, aber ich finde es auch nicht so schlimm, wie es jetzt halt eben hier rüberkommt. Weil, wie gesagt, wenn ich mir solche Filme angucke, das ist ein generelles Problem. Ja, das liegt aber vielleicht auch daran, dass wir in diesem Film auch selten sehen, wie Superman normale Menschen rettet. Ja, er rettet eigentlich immer nur Louis Lane. Ja, Zack Snyder sagt ja selber auch, das ist kein typischer Superhelden-Film. Und das sorgt halt eben auch dafür, dass die Fans eben dementsprechend dann auch das Ganze kritisch sehen und sagen, nee, das ist nicht mein Superman. Eben, weil er nicht als typischer Superheld dargestellt wird. Ja, man hätte es ja machen können. Also, dadurch wirkt hat der Film auch für mich unentschlossen. Es wäre spannend gewesen. Ich meine, du hast dann ja, ein paar Jahre später kam ja dann der Film Brightburn raus. der auch so mittelprächtig ist und das Potenzial nicht wirklich ausschöpft. Aber es ist ja ... Also, wenn du einen düsteren Superman machst, dann ist es ja durchaus spannend, ihn zu inszenieren wirklich als Bedrohung. Ja, von wegen, warum soll ich über die Ameisen da unter mir nicht herrschen, wenn ich doch die Möglichkeit dazu habe. Aber das Problem ist, dass Snyder versucht, beides zu sein. Er lässt ihn alles Mögliche zerstören und platt machen und sagt dann aber trotzdem, er ist ein Symbol der Hoffnung. Und da werde ich nicht schlau raus. Ja, gut. Das beißt sich. Das beißt sich für mich ganz gewaltig. Diese Diskussion dreht sich ganz gern im Kreis bei Superman und Kollateralschäden. Superhelden und Kollateralschäden. Ja, ich finde sogar, in der Hinsicht ist der panischer Humana. Er tötet zwar Menschen, aber bei ihm ist so dieser Kollateralschaden bei weitem nicht so hoch, weil er das tatsächlich gezielt macht. Was ich noch kurz sagen kann, also der Cast an sich ist nicht schlecht. Ja, wie gesagt, Amy Adams ein bisschen verschenkt. Russell Crowe gefiel mir eigentlich ganz gut, wobei er dann in der zweiten Hälfte eigentlich nur noch so eine Art Expositionsbot ist. Expositionshologramm. Ja, der erstaunlicherweise sogar mehr Chemie hat mit Amy Adams als Henry Cavill. Das ist total seltsam. Vor allem, das frage ich mich am Ende jetzt eigentlich noch, wird das eigentlich jemals erklärt, was das da soll mit Russell Crowe? Also das wird auch am Anfang auch irgendwie nicht angedeutet oder was, dass er gefühlt seine ganze Persönlichkeit auf dem USB-Stick geladen hat, oder? Ja, diese Technik gab es tatsächlich aber auch in der Comic-Mythologie. Okay. Der taucht auch in der Höhle der Einsamkeit immer wieder als Hologramm auf, aber da wirkte es tatsächlich eher nur wie eine Aufnahme, wie so eine holographische Aufnahme. Aber hier dieses Hologramm, das hatte ja tatsächlich Persönlichkeit, hatte einen augenzwinkernden Humor. und ich hab mich da tatsächlich gefragt, wieso er dann Superman nicht mehr geholfen hat, wenn er als Hologramm schon so eine Macht hat. Ja, das war auch wieder so, das hatte so was von bei Das Imperium schlägt zurück, wo dann irgendwie der Force-Ghost von Kenobi sagt, ja, ich kann nicht eingreifen. Ja, warum denn nicht? Ja, ist halt so. Ja, ja, genau dieses Dilemma ist es tatsächlich. Also der ist halt eigentlich nur dazu da, um Expositionen zu speien. Wobei ich sagen muss, auch wenn das ein bisschen lahmarschig ist vom Storytelling und da ist dann vielleicht auch Christopher Nolan, der halt alles immer sehr überdeutlich betont und erklärt, ich mag das tatsächlich, wie das visualisiert wird, wenn er da irgendwie Superman erzählt, wo er eigentlich herkommt. Das ist visuell durchaus toll gemacht. Also Snyder hat ja visuell auch mal seine Momente in dem Film, das muss man ja sagen. Aber gerade bei den Action-Szenen ist mir eigentlich nichts richtig im Gedächtnis geblieben. Was mir allerdings im Gedächtnis geblieben ist, um da mal wieder ein bisschen in die positive Richtung zu schwenken und auch etwas, was wir noch nicht besprochen haben, ist der Soundtrack. Den finde ich absolut großartig. Also den höre ich mir auch so gerne zwischendurch immer mal wieder an, wenn zum Entspannen, einfach mal zum Chillen. Und gerade wenn er das Fliegen lernt, ne? First Flight, absolut großartig gemacht. Ey, das ist cool, ja. Ja, den mag ich. Da kommt auch was Verspieltes durch bei ihm sogar. Ja, da kommt dann das Heroische dann wiederum ein bisschen raus, muss man sagen. Was dann nie wieder kommt. Zu wenig, ja. Ja, aber ich muss zugeben, die Musik, die ist ein riesen Pluspunkt hier bei diesem Film. Und gerade in Verbindung mit den vielen epischen Bildern, die Bilder, die Zack Snyder eben auch gekonnt auf die Leinwand bringt, weil dafür hat er ein Talent, das hast du ja selber auch gesagt, das kann er. Und in Kombination mit der Musik ergibt es schon die ein oder andere richtig starke Szene, sowohl optisch als halt eben auch musikalisch. Hast du da ein Beispiel? Ja, also wie gesagt, zum Beispiel First Flight, bestes Beispiel. Ja, die ist, ja, wie gesagt, die finde ich auch noch okay. Ich mag Hans Zimmer durchaus. Ich habe auch, das hier hat er unter anderem auch auf seinem Live-Konzert gespielt, auf dem ich war vor ein paar Jahren. Aber, oh Mann, ey, das Ding ist, Hans Zimmer hat generell immer so einen gewissen Hang zum Kitsch, aber hier ist es teilweise wirklich für mich schwer erträglich, weil du hast das Gefühl, dass die Musik halt einfach nur laut ist und dich förmlich erschlagen soll, zusammen mit den ganzen Effekten. Es gibt auch Stellen, die ich mag. Ich mag auch durchaus dieses Hauptmotiv, auch wenn man das jetzt, ja, wie gesagt, eher Motiv und nicht unbedingt Thema nennen kann. Und dadurch ist es dann halt irgendwie, ja, doch ziemlich schwachbrüstig gegenüber John-Williams-Fanfare von damals. Das merkt man auch, das Zimmer hier irgendwie, ich hatte auch damals gelesen, er wollte das erst gar nicht, weil er Angst hatte, halt sich an John-Williams messen zu müssen. Und das ist dann leider noch mal ein paar Stufen drüber. Mir ist jetzt, wo ich noch mal jetzt geguckt habe tatsächlich, extra für den Podcast hier, ist mir wirklich aufgefallen, dass ich wirklich exakt dieselben Probleme mit dem Film habe wie mit Wonder Woman. Also, dass ich den Auftakt zu langatmig und uninteressant finde oder einfach zu kitschig erzählt, der Mittelteil ist okay und im Finale fällt der halt völlig auseinander. Das ist exakt derselbe Bogen bei mir eigentlich, schon interessant. Beim Finale sind wir uns aber alle einig, es ist zu wenig abwechslungsreich. Ja, zu monoton und zu lang. Und austauschbar. Genau. Denn vor allem, du hast halt das Gefühl, es ist irgendwie alles kaputt. Und dann ist plötzlich Sott doch noch da und dann gibt es noch eine Runde. Und ich denke mir so, Alter. Ja gut, aber bevor wir hier uns weiter wiederholen, kommen wir glaube ich mal zum Ende. Zum Fazit. Trotzdem sehr interessanter Cast gewesen, wie ich finde. Ja, Fazitzeit. Wie viel, was vergeben wir denn mal? Kryptonit, Brocken oder, nee, Quatsch, Quatsch. Und kryptonische USB-Sticks vergeben wir. Ja, Kryptonit ist eh überstrapaziert. Genau. Werner, hau mal raus. Wie viele kryptonische USB-Sticks? Also von mir bekommt der Film vier von fünf kryptonischen USB-Sticks. Weil ich muss zugeben, auch wenn der Film eben erzählerisch, wie wir ja gesagt haben, seine Schwächen hat, die Charakterzeichnung durchaus seine Fehler hat, so bietet der Film eben doch großartige Bilder, einen super Soundtrack, einen richtig, richtig guten Cast, der mir sehr gefallen hat. Eine Geschichte, die trotz ihrer Lücken immer noch gut ist. Ein ernster Ton, der mir sehr zugesagt hat. Action gibt es auch mehr als genug. Ein bisschen zu viel. Aber es gibt gute Action, wo man auch sagen muss, kann man sich gut anschauen. Also von dem her, die paar Schwächen, die er hat, kann man nicht leugnen. Aber er hat auch einige Stärken, die ihn meiner Meinung nach zu einem guten und mehr als nur sehenswerten Superheldenfilm machen. Obwohl Snyder selber sagt, es ist kein Superheldenfilm. Ja, also es ist immer noch Superman. Patrick, wie sieht's bei dir aus? Also, ich fand den 2013, als ich ihn im Kino gesehen hab, besser. Aber ich seh auch nicht nur Negatives. Ich fand die düstere Herangehensweise damals erfrischend. Das war halt so ein Film seiner Zeit. Auch wenn ich über diese Kollateralschadensache jetzt mittlerweile dann deutlich mehr nachdenken muss und dachte, boah, ja, viele Sachen sind nicht so ganz ausgegoren. Vielen Darstellern seh ich gerne zu. Aber sie sind teilweise echt verschwendet oder werden auf Knopfdruck dann eben zu so Tropes runtergedammt. Deswegen kann ich dem Ganzen auch nur drei von fünf kryptonische USB-Sticks geben. Und finde, Henry Cavill ist in den anderen beiden Teilen mehr mit der Superman-Rolle verschmolzen. Aber da hat man ihn auch erlaubt, deutlich augenzwinkernder zu spielen. Ja gut, man muss ihm natürlich auch zuguthalten, dass er auch erstmal halt reinkommen muss in die Rolle. Das war ja zum Beispiel bei Christian Bale in Batman Begins auch nicht anders. Ja, also ich habe ihn ja jetzt mal wieder gesehen nach ein paar Jahren und ich habe immer noch Probleme mit dem, über die ich hier ausführlich jetzt gesprochen habe. Ich fand ihn nicht so schlecht, wie ich in Erinnerung hatte. Allerdings mag ich den Film nach wie vor nicht. Er macht mir auch nicht wirklich Spaß. Ich finde ihn viel zu lang. Manche Sequenzen finde ich okay, ist ganz gelungen. Manche visuelle Ideen sind ganz nett. Aber unterm Strich bleibt er für mich vor allem in seinen Aussagen teilweise schon zweifelhaft. Kann man natürlich gerne anders sehen. Ihr habt ja jetzt mal von mir vielleicht eine etwas andere Meinung zu dem Film gehört, wobei der ja, wie gesagt, nicht unumstritten ist. Ihr könnt natürlich gerne auch eure Meinung in die Kommentare posten. Noch schöner wäre es aber natürlich, da wir hier das Ganze ja nicht von kryptonischen Dollarn finanzieren können. Dass ihr uns vielleicht eine kleine Spende da lasst, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Das könnt ihr entweder tun per Paypal, ganz klassisch, oder vielleicht auch per Buy Me A Coffee. Die Links findet ihr in der Videobeschreibung oder aber auch in den Shownotes, falls ihr das Ganze über den Podcatcher hört. Ich würde sagen, damit verabschieden wir uns. Patrick, ich weiß nicht, ob du nochmal mit dabei bist. Als nächstes steht ja Batman wie Superman auf dem Programm. Also wenn ich gefragt werde, bin ich dabei. Da freut sich der Werner ja wahrscheinlich schon sehr drauf. Ich freue mich auf jeden Teilnehmer, den ich überzeugen darf. Wie gesagt, ich bin dabei, wenn ich gefragt werde. Bei mir ist es, naja, okay. Also Batman wie Superman finde ich zumindest interessanter tatsächlich als den Film hier, aber auch nicht auf die unbedingt so tolle Weise. Aber da kommen wir nächstes Mal zu. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Herzlichen Dank an euch beide. Fand ich sehr interessant und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Auf, auf und davon. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.